Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legos, ne nicht Legos, Star Wars, Star Wars, Public Heroes. Es ist noch so drin, die 30 Parts, oder wie viel sind es geworden? 38, 39, 39, irgendwie 38, 39 Parts. Aber es ist irgendwie schon so drin und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mal mitten ins Spiel. Wege öffnen kann die Macht. Ich bin heute ein bisschen angeschlagen, das heißt ich habe ein bisschen Erkältung, deswegen höre ich mich vielleicht noch ein bisschen schlechter an, was sonst... Aber ich habe Drachenbursche nicht zu nichts gezwungen, er handelt hier aus freien Stücken, nicht wahr? Ja, du bist doch mal drei Stück. Und dann stecken wir mal den Knebel wieder rein. Mano, bald dein Knebel fertig, ja die Anfangsladezeit müssen wir jetzt wieder irgendwie geschickt überbrücken, nachdem die immer ewig dauert. Ja, ich würde einfach mal vorschlagen, was ist denn unser nächstes Projekt, was machen wir denn danach? Weil ich denke mal allzu lang wird das ja auch nicht mehr dauern. Ich habe keine Ahnung, wir könnten irgendwas Header-Wingelmäßiges machen. Wir wollten ja Dings, Lego Header-Wingel wollten wir mal machen. Krieg im Norden wollten wir machen, wenn das klappt, mit Coop und so. Krieg im Norden, du meinst, du meinst das andere Spiel, aber... Wir sind in einer Rampe der unteren Ebenen. Private Switch sendet euch die genaue Position. Ich wusste es. Überlasst uns das General. Er meinte eigentlich, äh... Alte, wer bin ich? Der Rücker des Königs meintest du eigentlich. Nicht Krieg im Norden, Krieg im Norden, anderes Spiel. Das, was du da drauf hattest auf jeden Fall. Ja, sag ich doch, Rücker des Königs. Ich will mitspielen. Ah, jetzt. Bin der Gelbe, du bist der Grüne. Ich bin der... Genau. Ja, das muss ich auch fast sagen. Ja, das passt schon so. Ah, wo musst du hin? Da haben wir uns selbst einen Weg freigehauen. Sowieso. Ich finde die Mission auf diesen Walkern ziemlich cool. Ich hatte bis jetzt noch nicht so viele Missionen auf diesen Walkern. Ja, wir hatten genau eine. Echt? Scheiße, ich nicht mehr. Doch, ich glaube, wir hatten eine, oder hatten wir mehrere? Oh Gott, Druidikas. Oh mein Gott. Ja, Druidikas, das kommt vom Käse, Druidikas. Der war nicht schlecht. Der war gar nicht schlecht. Oh, ich bin gestorben. Ah, jetzt nehme ich wieder sehr praktisch. Wo sind wir eigentlich gerade? Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir sind, glaube ich, auf diesem Raumschiff und müssen diesen Switch-Ding ins Red Hand. Es ist Switch-Reddend? Es ist Switch-Reddend. Äh, ja, das machen wir sowieso immer. Pew, pew, pew. Also, lustig. Ich mag diese Fahrzeuge, habe ich das schon mal gesagt? Ja, nee, nee. Nee, nee, noch gar nicht. Was ganz Neues für dich, gell? Ja, das wusste ich mal nicht. Also, dass du diese magst, ist, ich finde ich total nicht nachvollziehbar. Und ich habe dich gerade für mich gehalten. Das ist wahrscheinlich auf der Grund, warum ich gar keine Punkte kriegen werde. Ja, das ist natürlich bitter. Aber es ist mehr, ich habe ja wie in den anderen Pfad schon erwähnt, ist mir das eigentlich egal. Alles Gute ist, diese Dinger kann man viel besser plattlaufen. Ja, ich habe ja gesagt, Bronze ist Silber. Bin ich ja Spieler 1 überhaupt? Ja, du bist Spieler 1. Nee, ich bin doch eingestiegen, ich glaube, du bist Spieler 1. Du bist ja grüne, schau, du bist links, du bist Spieler 1. Oh, ja gut, dann weiß ich. Da machst du sogar besser als ich noch. Siehst du, ich bin, ich bin krank, ich kann heute nicht gut sein. Okay, von mir aus. Das klingt auch nicht nach billiger Ausrede, so. Das ist, dass ich gelten. Ja, ist einfach so. So, was wir hier machen? Da, noch ein paar kaputt schießen. Diese Mission sind ja meistens nicht besonders lange. Nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Da, weil man da ziemlich schnell durchrennt, aber ja. Können Sie die nicht so lange machen, da müssen Sie so viel Spieldesign wappen. Aber wir sind Känguru. Da fliegt eine Mücke rum vor meinem Bildschirm. Jetzt ist sie wieder weg. Es ist gerade mal im Sichtfeld gewesen. Oh mein Gott, ich hasse mich. Wir kommen auf dem Schrottplatz ab. Raxus Prime oder so. Nein, nein. Warum bist du schon wieder hin? Raxus Prime, der Schmackblatt der Galaxie. Der Galaxies. Wie soll es? Ach, jetzt bin ich linken. Ja, jetzt bin ich wieder. Wir haben es mal wieder zum nächsten Checkpoint geschafft. Große Mauer, wie kommen wir da vorbei? Ah, gar nicht. Nee, wir fliegen einfach drüber. Das ist sehr schön. Scheiße, er hebt ja noch. Nein. Ja, egal, mit denen sind die nicht so problematisch. Ist jetzt tot, ja. Na klar ist er tot. Ich war ja da. Du bist in der Nähe, bist da sterben sie immer sofort. Können wir da rüber? Nein. Springen war, glaube ich, die falsche Idee. Falsche Idee, oder? Ich weiß nicht. Ich springe einfach auch mal. Doch, wir müssen sogar runter. Ich lebe sogar hoch. Kamera? Fragezeichen. Nee. Boah, die sparen sich hier endviel Rechenleistung. Und das hätten uns so. Ja, das ist schon extrem. Und tschüss. Ich glaube, wir müssen ja da geradeaus sind, oder? Wo sind wir überhaupt? Wer schießt da auf mich? Keine Ahnung. Ah. Ah, ist ja nicht so, dass wir es nicht bräuchten so. Also, Kameraführung völlig überbewertet. Wo bist du, bist du schon wieder zurück? Geh mal wieder zurück. Ich, ähm, 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 ähm. Nee, du bist tot, mein Freund. Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Deswegen wollte ich ja, dass du zurückgehst zum Checkpoint. Da bist du. Nein, weiter zurück. Gucken wir, was da vorne ist. Da ist ein Artefakt. Das sollte man uns mal holen. Echt? Kann man da draufschießen, dann hat man es schon? Nee, das funktioniert ja nicht. Man muss reinlaufen. Na gut. Ja, war Jäger. Zehn Gamerscore haben wir. Uns ergaunert. Ergamed. Ja, Kamera ist... Ja, jetzt. Immerhin habe ich die Dinger schon abgeschossen. Bist du, lahmarsch, wieder mal da warst? Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ich wollte mich gerade anfangen, über die Kamera zu beschweren. Da beschwere ich mich schon über dich. Tut mir leid. Ja, das ist aber gemeint von dir. Da falle ich dir einfach mal eiskalt im Rücken. Das ist aber gemeint. Sorry, Druidika. Du bist wieder wieder, du fährst mir eiskalt im Rücken. Äh. War ich das? Oder ihr? Definitiv ihr. Könnt ihr den Schild nicht ausschalten? Das dürfte eine Weile dauern. Die Verregelung ist beschädigt. Wir haben die gefunden. So schließt sich der Kreis. Wie ist die Situation, Commander? General Windor und General Fister sind unterwegs zur Kommunikationszentrale. Gut. Wir treffen euch dann... Weißt du, man kann ja auch nicht die Wände, wo die Schilder dran sind, zerstören oder so. Nein. Nein. Da sind Laser, die kann man nicht kaputt machen. Nein, an der Seite, wo die Laser rauskommen, die kann man kaputt machen. Aber die sind... Nee, die kann man nicht kaputt machen. Die kann man auch mit dem Laserschwert nicht aus der Wand rausschneiden oder so. Nein, das funktioniert nicht. Nee, nee. Das wäre gegen Star Wars Logik. Bin ich jetzt eigentlich Spieler 1 oder Spieler 2? Du bist Spieler 1 immer noch, vermutlich. Dann war ich besser als du. Aber es ist ja nicht verwunderlich, weil du ja krank bist. Ja, man muss es immer wieder erwähnen, sonst könnte man es ja vergessen. Ja, wir wollen dich ja hier dann eine Ehrenrettung oder sowas. Ja, sowieso. Ist das die Touristenroute, Private? Ähm, eine Abkürzung, Sir. Hier gibt es keine Droiden, glaube ich. Wer glaubt? Vorsicht, wir sind nicht allein. Ja, ich glaube, dass es hier doch Droiden gibt. Ich würde mich schon stark wundern, wenn es hier keine Droiden gibt, ehrlich gesagt. Das wäre viel zu einfach. Ich meine, ich werde jetzt nichts gegen ein Level, wo man mal nicht irgendwie nur übermäßig kämpfen muss, aber... Das ist ein Spiel, in dem man nur übermäßig kämpfen muss. Erledigen wir sie einfach und geben wir weiter. Ja, ich bin ja Kid Fisto. Ja, ich bin irgendwie unter die drunter geslidet. Ich kann mich nicht bewegen. Meiner bewegt sich nicht. Meiner weigert sich zu bewegen, so ein Sack. Und ich habe gerade irgendwie alle Droiden hier getötet. Ja, weil ich, ich wollte ja, aber... Nein, geht da hoch. Lass da hoch gehen. Ja, da geht halt nicht da hoch. Jetzt aber, komm. Ja, verdammt. Ich habe keinen Plan. Du nimmst mir schon wieder die ganze Arbeit ab. Alter, guck mal, du kannst ihn irgendwie einmal werfen und dann einen größeren Radius nochmal. Siehst du? Hast du gesehen? Ja, ja, ganz toll. Oh nein. Aber jetzt wissen wir ja, wie wir mit ihr fertig werden, oder? Ich glaube, jeder muss ein Bein nehmen. Alter, du hörst dich echt schlimm an. Nimm mal das andere Bein. Wie sehe ich den denn an? Was machst du denn? Ich weiß nicht, ich mach gar nichts. Ah, jetzt. Aber ich versuche mal, das andere Bein drauf zu kommen. Nein, nein, du musst bei mir bleiben. Nein, nein, ich kann ihn schlagen. Jetzt noch, ich muss ihn nur schlagen. Ja, so funktioniert das Ganze. Jetzt müssen wir einfach auf den Kopf drauf hüpfen. Nein, ich war schon drauf. Mittlerweile wissen wir ja, wie wir ihn ausschalten. Ja, okay, ich mache ihn schon kaputt. Nur, das stimmt allerdings. Kommt jetzt noch so ein Fisch an. Ne, da passt nicht so. So eine Jäger durch. So eine Jäger durch. Ah, wir müssen uns selbst... Wie sich das Ding bewegt. Wir sollten hier Stationsreparierer werden. Halt, 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 halt. Du gehst du schon wieder hin. Hat wieder eine Abkürzung gefunden. Und ein Artefakt gesammelt. Da wohl hoch gefällt mir. Abonnieren, Kommentieren, Favorisieren, nicht wahr? Ja, ich verstehe nicht. Aber ich verstehe nicht, warum wollen eigentlich alle, dass man ihr Video favorisiert. Ich meine, was hast du davon? Ich glaube, da werden sie auch weiter oben angezeigt bei der Suche. Wenn ich mich nicht recht täusche um meinen Vorschlägen. Ja, da ist irgendwas. Aber ich weiß auch nicht genau, die Logik von YouTube ist da irgendwie ein bisschen komisch, dass welche Videos da oben angezeigt werden und welche nicht. Das verwirrt mich manchmal auch etwas. Dass ein Part auf einmal voll viele Klicks hat und ein anderer Part voll weniger hat. Ja, das liegt an den Zuschauern. Dann muss ich bei deinen Abonnenten beschweren. Nicht wahr, ihr bösen Kinderchen? Ja, aber wenn ein Part auf einmal mehr Zuschauer hat, als ich Abonnenten habe, ganz plötzlich, dann kann es ja nicht nur meine Abonnenten sein. Es sei denn, meine Abonnenten klicken mehrmals meinen Part an, was ich für unwahrscheinlich hatte. Dafür wurde ich ausgebildet. Ja. Haben wir das irgendwie gekauft, diese Fähigkeit, dass man das auf einmal viel weiter werfen kann? Ja, kann sein, dass wir die irgendwann mal uns angeeignet haben. Yeah. Ich meine, ich finde das cool, dass man es endlich mal sinnvoll, das Laserschwert werfen kann. Aber ich glaube, wir müssen links rein... äh, ja, da weit. Oh, die Bodentexte sind aber schön. Traumhaft, traumhaft. Äh, ich könnte wieder, ich glaube, Switch macht irgendwas, wir müssen diesen Turbolift starten. Ich glaube, es ist geschafft, wenigstens nicht aus der Übung. Na. Du kommst schon aus der Übung, du bist schon wieder tot. Äh, tot war ich nicht. So. Du warst noch eins mit der Macht. Nein. Wow. Ich muss noch hier wieder Kasselung ab. Da ist es noch rüber. Dann nehmen wir uns nach unten und dann auf den Lift drauf. Äh, ich hab den schnellen Weg nach unten genommen. Ja, ich auch. Du auch. Den Expressweg. Und jetzt fährt er mit uns hoch. Ja. Ja, genau dafür brauchst du das Jetpack. Ich auch. Ich hätte jetzt gelacht, wenn wir in der mittleren Etage wieder stehen geblieben. Wehe. Na, die Arbeit. Ja, ja, schon auf dem Weg. Ja, genau, wir teilen uns auf und holen so die Münzen. Äh, Münzen, ja, vor allem Münzen. Macht, Dinger. Seelen. Ja, Seelen. Wir sind hier bei... Äh, jetzt fährt mir zusammen den Spiels nicht ein. Ich spiele, in dem man Seelen sammeln muss. Darksiders? Ja, auch. Aber ich meine, da ich nicht Darksiders. Danke von Fernau. Dann ist in Fernau, meine ich genau. Genau, genau, sehr schön. Weißt du Bescheid, Schätzlein? Äh, ja, ich glaube, man sollte Luft drauf. Ja, aber du bleibst unten, du musst ja nicht mit. Nee, das ist überbewertet. Hi. Äh, jetzt. Sehr schön. Ah, du bist auch wieder da. Wie gesagt, Laserfett werfen, ist Hammergeist. Ja. Kann ich das auch, nee, kann ich nicht, weil wir schon wieder... Beauty Pie. War ja schon wieder festgehalten werden, von der Macht oder von was auch immer. Na, oh, oh, ganz knapp. Was? Ich wäre fast schon wieder verreckt. Ja, sehr schön. Du bist auch ein Meister. Sieht aus wie ein Sternzerstörer. Nee, 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 nee. Sie war aber gar nicht, glaube ich. Anja, ich sage immer, das ist voll Nikolaus Cage. Ich sag's dir. Ah, Switcharbeiter, wir müssen ihn wahrscheinlich beschützen. Vermutig mal. Sicherlich hat sich jemand in das Interface gerecht und das Verschlüsselt. Naja, wäre auch zu einfach gewesen. Oh, ich mach' ich auch mal kaputt dahinten. Und lass dich zerstören. Warum muss der Jedi sein? Warum nicht? Weil ich normal kein... Warum musst du das nicht die andere Seite und ich mach' mal eine Seite? Na gut, weil du gerade dein Laserschwert auf meiner Seite geworfen hast. Das ist der Radius, da kann ich nichts dafür. Ja, will ich jetzt auch behaupten. Achso, ich darf nicht auf deine Seite. Oh ja, ich halte dir doch vom Leib. Hab' ja sonst nichts zu tun. Du sagst ja, das ist ja richtig geil, das ist ja nicht schwer zu werfen. Ja, die Jedi sind überhaupt nicht stark. Die metzeln euch nur gerade alle nieder. Ihr komm' schnell hin. Und ich bewege mich nicht mal dafür, weißt du. Ich stehe einfach auf der Stelle. Ja, praktisch. Ah, jetzt hat... Was für Geschichten... Hat jemand irgendwo in der Luft programmiert. Wird auch so'n cooles Jetpack haben. Bin dafür, dass Jedis auch ein Jetpack bekommen. Ja, war ja klar. Und jetzt dann nachher noch in der Mitte dann. Da werde ich was. Oder? Daher müssen wir dann in der Mitte da beschützen. Nee, nee. Wie gesagt, das wäre viel zu offensichtlich. Können wir... Würde man überhaupt nicht mit rechnen. So wie so. Wenn du Hilfe brauchst, sagt Bescheid, ne? Oh, ja. So, jetzt kommt... Geht mal hier drauf, alle. Mal schön auseinander säbeln. Oh, fein, mitten, durch und so. Oh, jetzt kommt solche auch nochmal. Willkommen neue Droiden. Neuen Droidenbesuch. Das Angreifen ist eine schlechte Taktik im Kampf. So, jetzt ist er da auch fertig. Programmiert noch ein bisschen Luft. Und dann müsste er es auch gleich haben. Und in die Mitte gehen, um da weiter zu programmieren. Oder zu hacken, oder was auch immer. Ich vermute mal, er hackt. Und von wo kommen jetzt die Fischer? Ich glaube, es hackt bei ihm. Warte, wie geht das? Auch, ich kenne die Melodie nicht. Welche Melodie? Na, die bei Karneval oder immer kommt, so, wenn irgendein schlechter Witz gemacht wird. Warte, warte, warte. Oh, ich kann dir nachhelfen, warte. Ich sag doch, das heißt dumm, dumm, dumm. Nein, 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 nein. Warum kommen da ich keine Gegner? Das geht schon wieder los. Ich frage schon, warum das keine Gegner kommen. Und das erste ist, dass natürlich wieder Gegner kommen. Ich so, ich hätte nicht fragen. Oh, ja, das ist perfekt. Oh, macht das aus. Das kann ich jetzt immer machen, wenn du einen schlechten Witz machst. Ich mach doch nur gute Witz. Hey, wie soll es das nicht gemacht? Ich dachte, es ist alles nur schlechte Witz eingeschätzt. Ich bin auf meiner Seite, mit dem, weil du hauscht wieder so um dich, dass du auch meine Druiden triffst. Du kannst du nur. Du kannst du nur. Du kannst du nur. Du kannst du nur. Unerhört. Unerhört. Trotzdem hast du mehr Punkte als ich. Also beschwertet. So, ja. Hab ich nicht beschwert, könnte ich mir in die Beschwerden. Hey, 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 weg, weg, weg. Ich sagte, lass mal eine Ruine. Ach so, okay. Neh, hire, hey, 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 hey. Ah, nicht wie schlank. Wat, wat? Seewage. Welch. Sowieso. Angst, dass ich gewinnen könnte? Nein. Die mal wieder. Die hat mir lange nicht mehr. Schade, kann man so nicht auf einmal kennen. Spezialwachen, oder, ja, Waffen von Belo Grvevs. Giantwasy. dass er nicht mehr davon produziert hat aber den Schein jetzt nicht effektiv zu sein aber scheiß jetzt nicht teuer jawoll Platin hab ich und Gold hast du ja ich bin da ganz ein Goldiger äh wusstest du das nicht so als müssen wir da vorne hin oder in Schätzen haben wir die bisher abgeschlossen jetzt liegt es an euch Sir, ja Sir mysteriös normalerweise suchen die Scanner nach Mineralien im Asteroidengürtel aber zuletzt wurde mit ihnen nach einer sehr außergewöhnlichen Energiefrequenz gesucht sie wurde auch gefunden auf Ryloth, Sir welcher Planet war das? Frage, nächste Frage ich glaube es war der Wüstenplanet die Lichter wieder einschalten ja Sir, einen Moment und jetzt stirbt er nein ganz ehrlich, ein Lichtstoß und die sind alle weg das ist nicht gut das ist er bloß aber was auch nicht gut ist, ist dass der Part schon wieder zu Ende ist ich musste schon wieder so eine perfekte Überleitung finden ich fand die Überleitung ziemlich geil ähm ja Gesammeldatefaktor haben wir immer eine von zwei, das ist zwar nicht die Welt, aber bis aus gar nichts und bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal, möge die Macht mit euch sein oder auch nicht oder auch schon bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss